Herzlich Willkommen zurück zum nächsten Part von Animal Crossing Pocket Camp. Wie hat diesmal meine Händler nur 3 Minuten gedauert? Keine Ahnung wieso. Naja, egal. Während deiner Reise wirst du auf Campertreffen, die Hilfe bedürfen. Sprich sie doch einfach mal an. Sie werden sich mit Sternis oder Geschenken erkenntlich zeigen und ihr richtig gute Freunde werdet. Allerdings reisen deine tierischen Freunde auch herum oder gar nach Hause. Also vergeudet keine Zeit. Bienchen Oh hallo. Ich glaube wir kennen uns gar nicht. Mein Name ist Bienchen. Belinda sagte bereits, dass ein neuer Campingfreund ankommt. Du musst Pascal sein. Sehr erfreut dich kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass wir mit dir eine Menge Spaß haben werden. Okay. Anscheinend ist das sowas. Level. Was hat dich denn hierher gefühlt? Was hat dich denn hierher gefühlt? Die Schönheit der Natur? Die Ruhe? Etwa leckeres Obst? Leckere Obst? Für mich dreht sich alles um das Obst. Ich kann einfach nicht genug davon bekommen. So, ich will es ernten. Oh, ich liebe knackige rote Äpfel. Falls die einem der Hände gerät, wäre ich die sehr verbunden. Schütte einen Baum, indem du ihn antippst. Beim Schütten fällt Obst vom Baum. Durch Antippen kannst du ganz einfach vom Boden aufsammeln. Ein Apfel möchte sie. Ah, ein Apfel. Ich weiß sogar mehr Apfel gesammelt. Hast du schon gefunden, wonach ich gesucht habe? Klar, bitteschön. Vielen Dank. Ich bin ja so froh, dass wir uns gegenseitig unter die Arme greifen konnten, Wuff. Hast du dir schon einen Flauschstoff angesehen, den ich dir gegeben hatte? Man mag es kaum glauben, aber er eignet sich zur Herstellung zauberhafte Einrichtungsgegenstände. Wenn wir so ein gutes Team sind, könntest du mit mir dann vielleicht auch noch einen Gefangenen haben. Ich brauche eine Kirsche, einen Pfirsich und eine Orange. Natürlich gibt es auch wieder eine Belohnung. Vielen Dank im Voraus. Okay, eine Kirsche. Eine Kirsche. Und ein Pfirsich. Alle sind in unmittelbarer Nähe. Aber war ja auch klar, es ist ja ein Tutorial. Hatte schon gefunden, wonach ich gesucht habe? Ja. Vielen Dank. Diese Früchte sähe jetzt zum Anweisen aus, nicht wahr? Nun, das sollten wir uns nicht lange bitten lassen. Bitte greif zu, Pascal. Es ist genug für uns beide da, Wuff. Wirklich? Frische, äh, frische Früchte, Frütchen mit Bienchen genießen. Was kann schöner sein? Alles. Ich mach's. Ach, war das nicht wundervoll? Naja, dann geht's im nächsten Part weiter mit Animal Crossing Pocket Camp. Bis dann und...